Moin von der Insel und wir sind nicht auf Sylt, oder? Hallo und moin und mal nicht auf unserem Auto, sondern ihr seht, wir haben schon die toten Katzen auf unseren Mikros. Hier stehen die mich draußen vor der Cita. Da hinten ist sie. Man kann sie vielleicht da hinten im Hintergrund da sehen. Da ist sie, ja. Wir stehen hier vor der Cita und da wollen wir heute mit euch mal rein. Aber bevor wir das tun, noch einen Satz oder auch zwei zu dem Video von gestern. Da waren wir ja auch in Sachen Schandflecken unterwegs und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass unser Cutter, also der Mann, der die Videos schneidet, von mir eine Abmahnung bekommen hat. Er hat nämlich am Anfang das Intro ohne Ton gemacht und am Ende zwei Minuten zwar mit Ton, aber ohne Bild. Irgendwas ist immer mit den Angestellten. Mann, Mann, Mann. Er hat die Abmahnung schon zur Kenntnis genommen und verspricht Besserung. Na dann. Oder? Na dann. Wir gehen jetzt in die Cita. Und zwar machen wir das, darf ich? Ja. Machen wir das ganz bewusst heute am Nachmittag. Wir wären natürlich auch super gern mal abends mit euch da durchgeschlichen. Weil letztendlich ist die Stimmung abends doch immer noch mal ganz gut, finden wir. Dort gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, aber die Kneipenstraße oben ist abends immer relativ gut besucht und es ist gute Stimmung in der ein oder anderen Kneipe bzw. Bar. Aber das können wir natürlich nicht machen, weil dort Musik gespielt wird. Und Menschen zu sehen sind. Und viele Menschen sind. Also tummeln wir uns jetzt heute mal auch im unteren Bereich. Ja. Und gucken mal, was da noch so, was es dort noch so gibt. Und wenn wir uns jetzt hier aufpassen, was da noch so ist, was da noch so ist. So, jetzt sind wir in der Sita angelangt. Und zwar jetzt hier in der unteren Etage. Ihr habt das ja gerade gesehen, wie wir hier reingegangen sind. Dieses sogenannte Centro Kommerzial ist 1970 bereits erbaut worden. Du hast erzählt, du warst auch schon 1978 hier, ne? Das ganze Ding hat tatsächlich schon so ein paar Jahre auf dem Buckel. Also ich war zum ersten Mal auf Gran Canaria, da war ich 14 Jahre alt mit meiner Familie. Haben wir hier die Osterferien verbracht. Das war damals echt was Großartiges. Ich durfte hier. Ja, nicht nur hier Urlaub zu machen. Sondern für mich war es natürlich als 14-jähriges Mädchen auch unfassbar, so etwas wie die Sita oder das Jumbo oder die Kaspar zu erleben. Da tobte hier das Leben. Wir waren hier abends essen und ich fand natürlich alles toll. Und alles außergewöhnlich und alles spektakulär. Das hat sich schon ein wenig verändert, muss ich sagen. Wobei wir müssen auch eine Lanze brechen für das Sita. Es gibt nach wie vor gute Restaurants, gute Kneipen. Ich wollte nur sagen, dass du mit 14 bereits hier auf Gran Canaria warst. Meine Eltern sind mit mir immer nach Bad Lauterberg in den Harz gefahren. Das heißt immer, zweimal, glaube ich. Und dann durften wir den ganzen Tag durch den Harz wandern und in Kneippbädern rumtreten. Und du warst auf Gran Canaria. Na ja, dafür, dass du immer so viel gefahren bist. Das sieht man das nicht so. Der Bierbauch wächst aber hier. Das ist eine leckere Wille hier auf der Insel auch. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber so, wir sind jetzt hier in der Sita in der unteren Etage. Hier ist überwiegend Shopping angesagt. Wie man sehen kann, hier gibt es auch ein Casino. Dort haben wir das. Ich möchte auch mal um die Ecke gucken. Ja, Bäcker Zipf hat hier eine Filiale. So, und zum Thema Sita. Oder wir haben ja gestern das Video gemacht, Schandflecken. Und einige sagen ja auch, das sei auch ein Schandfleck. Da bin ich jetzt anderer Meinung. Also es ist jetzt nicht unsere bevorzugte Lokalität, in die wir gerne gehen. Aber wenn man mal ein bisschen Spaß haben will mit ein paar Leuten in der oberen Etage, da gehen wir auch noch rein, irgendwie mal ein leckeres Getränk trinken. Man kann schon hier Spaß haben. Ja, und hier kann man morgens super seine Brötchen holen, wenn man hier so um die Ecke wohnt und ein Bunker oder ein Apartment hat. Hier diese Organic Foodies, das ist so ein Reformhaus, sag ich mal. Die sind auch extrem gut sortiert. Also hier bekommt man schon wirklich, wirklich auch gute und gesunde Nahrung. Müsli, was weiß ich. Und auch eine tolle, guck mal hier gibt es ja auch deutsche Produkte von Völkel zum Beispiel. Doch die haben schon ganz gute Sachen. Ja. Die haben auch diese leckere Bio-Zischbrause. Die schmeckt mir auch wirklich gut. Und ich schaue mich einmal kurz drin um. Ja. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht unsere Lieblingslokalität. Optisch ist das jetzt auch nicht unbedingt unser Geschmack. Aber, wie gesagt, wenn man hier irgendwie mit Freunden, Bekannten abends mal einen lustigen Abend haben will, dann kann man hier gerne mal hingehen. Ich meine, eine Garantie gibt es dafür auch nicht. Man muss ja selber auch gut drauf sein, um einen lustigen Abend zu haben. Und man muss nicht nur in die Sita gehen. Dazu gehört ja auch noch eine Menge mehr. So. Aber 1970 ist das erbaut worden. Wie gesagt, das sind 23.000 Quadratmeter hier. Und viele von euch schreiben ja auch immer wieder in den Kommentaren, dass sie auch die Zeiten in den 80ern oder auch in den 70ern noch kennen. Und ja, ich leider nicht. Aber ich kann mir das vorstellen, wie das hier gewesen ist. Das muss wohl auch eine der Treffpunkte überhaupt gewesen sein hier. Und viele von denen, die jetzt schon seit 30, 40, 50 Jahren hier auf die Insel kommen, die gehen natürlich immer wieder gerne hierher, weil sie sich natürlich auch an die guten alten Zeiten sozusagen erinnert fühlen. Hast du was gefunden? Ja, ich war jetzt ja das erste Mal da drin und lese immer relativ viel über dieses Reformhaus. Habe aber jetzt in dem Reformhaus auch Produkte von gut und günstig und so gefunden, wenn ich das immer sehe und naja, was sollen die hier machen? Ja, so. Gehen wir mal weiter hier unten, was es hier noch gibt. Hier gibt es, glaube ich, auch einen Supermarkt von Spar. Ja, der ist aber auf der anderen Seite. Ja, aber ich glaube, das ist ja alles miteinander hier vernetzt, oder? Ah, ich muss euch noch erzählen, so früher war es natürlich ein Wahnsinns-Highlight, wenn man denn hier irgendwo gegessen hatte nach dem Abendessen mit der Familie. Da gab das hier immer diese Shops. Da gab es natürlich diese ganzen Fakes von Louis Vuitton und wie sie nicht alle heißen. Und man kaufte auch immer, ich erinnere das an meinem Vater, man kaufte auch immer einen Gürtel dort, ließ man sich seinen Namen hinein stanzen. Und ich glaube, diese Dinger gibt es heute noch. Ich würde fast schwören, dass wir gleich auf so einen Laden treffen, wenn wir nicht schon hervorstehen. Also, ihr seht mit der Kamera, ich bin noch nicht zu 100 Prozent damit vertraut, aber gut, den wir Weile haben. Und auch der Kameramann kann ja noch mal eine Abmahnung bekommen. Sind das diese ganz normalen Gürtel, die dann irgendwie... Ja, nee, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht sind es die, ich weiß es nicht. Nee, auf jeden Fall ließ man seinen Namen da hinein stanzen. Ja, ich habe mal mir überlegt, was heißt denn eigentlich CETA? Wisst ihr das? CETA ist zu übersetzen auch als Termin. Also, wenn man einen Termin hat, hat man einen CETA. Man hat aber auch die wörtliche Übersetzung Treffpunkt oder Rendezvous oder sich treffen. Und hier haben wir dann schon ein Thema, zu dem man sich hier auch treffen kann, wo man dann die entsprechende Kleidung auch hier käuflich erwerben kann. Ja, Gran Canaria ist natürlich für seine Freizügigkeit bekannt, für seine Toleranz. Da gibt es natürlich Geschäfte. Und dieses Thema hier, das ist auch eines der Hauptthemen hier in der CETA. Da gehen wir nachher auch noch mal runter. in das Thema Freizeitgestaltung für Erwachsene. Ja, stimmt. Oder? Guck mal hier. Wisst ihr, was das ist, Leute? Also, das gibt es in viel größer und in richtig großen Schalen und so weiter und so fort. Das kommt eigentlich ursprünglich aus Andalusien, also es ist schon spanisch. Und man benutzt das als Reibe für zum Beispiel Tomaten oder dergleichen. Weil hier isst man zum Frühstück Boccardillos, Brötchen mit geriebener Tomate und Serrano-Schenken. Das isst man hier zum Frühstück. Und das ist lecker. Wir reiben das ganz häufig. Wir haben jetzt eine größere Schale und sind mal leider gekauft. Und das ist toll, ne? Auf jeden Fall. Und das ist auch schnell gemacht. Man kann das Zeug natürlich auch super im Supermarkt kaufen. Da ist es dann fertig, steht im Kühlregal. Muss dann aber auch innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, verbraucht werden. Schnell gemacht war auch der Witz des Jahrhunderts. Stefan hat das überhaupt noch nie selbst gemacht. Das steht nämlich auf dem Tisch. So schnell ist es gemacht für ihn. Es ist schnell gemacht und schnell gegessen. Ja. So, hier haben wir den Sparsupermarkt. Der ist super sortiert. Hier gibt es auch Grünkohl. In Dosen. Keine Erbrechen. Aber warum nicht? Guck mal, er ist ja süß. Wenn ihm wird ein bisschen gespielt hier, der Arme muss wahrscheinlich den ganzen Tag hier drinnen hocken. Ja? Och, guck mal, ja. Ja. Er will auch mal ins Fernsehen. Guck mal. Ja, guck mal hier. Komm, zeig mal, was du kannst. Ei, 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 komm. Komm. Ja. Ja. Also, auch Hundetrainer gibt es hier, die nebenbei auch noch irgendwas anderes verkaufen. Ja, und hier Leder ist auch das Thema, ich sag's euch. So, hier haben wir dann die ganzen Originale. Kann man alles käuflich erwerben hier. Was man sonst in Paris auf der Champs-Élysées für viel, viel Geld kauft, gibt es hier für sehr, sehr wenig Geld. Aber angeblich in einer exzellenten Qualität. Ja, guck mal hier. Man stellt sich schon auf Winter ein, schaut mal. Hier gibt es die Winterjäckchen für die Damen. Genau. Bitteschön. Auch für den rosa. Hola. Ich möchte nicht. Okay. Er möchte nicht. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Das haben wir selten. Ich wollte jetzt gerade sagen, der hat Dreck am Stecken. Das kann man ja auch nicht sagen. Das kann man nicht sagen. So, jetzt kommen wir hier in den Außenbereich. Und ich befürchte, hier wird es gleich Musik geben. Ich höre noch nichts, aber... Ich auch nicht. Sobald Musik zu hören ist, werden wir natürlich dann wieder unsere Klappe zumachen. Gut, besucht hier das Café. Weißt du, wie das heißt? Nee. Ich auch nicht, aber es scheint bei Deutschen sehr beliebt. Ich werde euch gleich sagen, wie das heißt. Ich kenne nur das Westfalia. So, hier ist das bekannte Westfalia. Hier gibt es dann morgens auch immer schon Live-Musik von dem einen oder anderen Schlagersänger, der sich hier bemüht, die Leute zu unterhalten. Und die meisten tun das ganz gut. Eines der Wahrzeichen in der Sita ist ganz sicher hier der Käfer. Ich denke mal, eines der meistbesuchten Fotomotive hier auf der Insel. Wenn man das so sagen kann. Echt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, hier wie gesagt Westfalia. Hier wird Musik gemacht. Abends scheint hier geschlossen zu sein, oder? Was haben wir hier an Öffnungszeiten? Steht nichts dran. Ach da. Zehn bis drei Uhr. Also sollten sie jetzt gerade auf sein. Na ja, vielleicht habe ich mich auch einfach an der Zeit vertan. Man weiß es nicht. Da steht auch ein Schild dort, das ist geöffnet. Aber es sieht jetzt überhaupt gar nicht so geöffnet aus. Abierto sieht anders aus. Ah, der Unterschied zwischen geöffnet und geschlossen ist manchmal auch eine schwimmende Grenze, sozusagen. Ja, das ist im Wesentlichen hier so der untere Bereich. Nochmal ein Blick hier über die Terrasse. Sonnen durchflutet sitzt man hier und genießt hier seinen Kaffee, seinen Kuchen, seine Torte oder auch sein Bier und sein Wein. Und es sah schon so aus, als ich 14 Jahre alt war. Das möchte ich mal dazu sagen. Das sah hier genauso aus? Ganz genau. Hier ist baulich also nichts passiert in der Zeit. Das kann ich natürlich nicht beschwören, aber ich würde, soweit meine Erinnerung reicht, sagen, das reicht so weit zurück, als ich zum ersten Mal. Hier sah es genauso aus. Und ich war 14. Okay. Ich bin nicht viel älter geworden, aber... Ah, guck mal hier. Hier, Chris Wolf. Ich sehe gerade das Plakat von Chris Wolf. Kennst du den? Naja, das hat Bernie Maspalomas mir erzählt. Chris Wolf ist ja der Texter von diesem berühmten Lied Am Strand von Maspalomas. Ich kenne den nicht. Tut mir leid. Na, das kennt man doch. Am Strand von Maspalomas. Sing mal. Das kann ich nicht singen. Das ist der Urheber rechtlich geschützt. Also er tritt auf hier im Oktober. Chris Wolf ist auf der Insel und bringt seine Schlager zu Gehör. Douglas hat hier eine Filiale. Es gibt ja viele hier, aber... Aber ist das der Originalschriftzug von Douglas? Der scheint etwas... Ja, das ist schon der Schriftzug. Wobei ich nicht genau weiß, ob das was mit dem... Douglas ist gefallen, glaube ich. Vom Schriftzug her. Na, da doch nicht. Da doch nicht. So. Hier unten geht es natürlich in... Gehen wir eine Etage runter? Wir gehen mal runter. Mal gucken, ob wir da... Aber hier ist ja nichts. Ja, aber deswegen ist es ja gut, dass wir da mal runter gehen können. Also hier trifft man sich, wenn man über 18 ist. Ja. Und ich vermute mal, dass das Menschen gibt, die dann nicht gefilmt werden wollen und man nicht möchte, dass man gezeigt wird, dass man jetzt gerade hier... Also meinst du, hier hat noch irgendetwas geöffnet? Du. Meinst du? Hier hängen Plakate. Mal gucken. Was steht denn da drauf? Hier. Hier steht drauf, 13. Oktober gibt es irgendeine Veranstaltung. Doch, hier kann man klingeln. Jede Nacht Party. Zwei Drinks. 40 Euro. Na, guck. Also, klar, scheint geöffnet zu sein abends. Und da hinten ist irgendwas geöffnet, da glitzert so ein Stern im Zwinger-Club. Da glitzert ein Stern. Moment, ich muss mal meine Kamera wieder richten. Ja, der glitzerte gerade jetzt nicht mehr. Okay. Wir müssten doch auch anders hier wieder rauskommen, ne? Wir gehen mal durch, okay? Hier ist Foxy Lady. Foxy Lady war doch mal... Zu vermieten, Schatz. Ach so, okay. Foxy Lady ist zu vermieten. Also, die Zeit, die wir hier gewählt haben, am späten Nachmittag, ist ideal. Um euch das mal zu zeigen, ne? Um keine Gefahr zu laufen, irgendwelche Menschen zu verärgern. Ja, genau. Die gerade in eine Tür hineingehen. Genau. Die dann eigentlich nicht mehr zu erklären ist, sondern es erklärt sich von alleine. Die wollen hier für sich sein, die wollen hier Spaß haben. Aber es gibt natürlich immer dann die Möglichkeit zu sagen, ich kann euch das erklären. Ich bin Inspekteur der Sicherheitsbehörde von Maspalomas. So, wir haben jetzt wieder das Licht der Welt erblickt und sind jetzt hier rausgekommen, wo wir schon oben waren. Eigentlich haben wir gedacht, wir kommen woanders raus. Aber da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal hin, weil das ist schon ein Highlight, ne? Da, wo wir, was wir auf jeden Fall zeigen wollen, ne? Das zeigen wir am Ende. Hat was mit Aachen zu tun. So viel sei schon mal gesagt. Wir gehen mal hoch, oder? Ja. So, das berühmte Café Marlene. Auch hier wird Musik gemacht von Schlagersängern, Partysängern, Stimmungssängern. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Begriffe dafür wähle. Also hier trifft man sich auch, freut sich an der Musik, schwingt das Tanzbein. Wollen wir mal, naja, hier links lang. Ja, hier zum Beispiel Joe Steen. Den finde ich gut. Der macht richtig gute Musik. Ja, das stimmt. Richtig gute Stimmung. Richtig Granatentyp. Ja. Also richtig Granatentyp. Ja. Ja, hier so an den Cafés vorbei. Kaffee und Kuchen ist ja auch immer ganz beliebt. Hier gab es mal ganz in der Nähe irgendwo ein Restaurant, wo man an einem offenen Feuer saß. El Fuego. El Fuego, genau. Gibt es aber auch nicht mehr. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht weiter. Doch, wir kommen hier weiter. Ja, stimmt. Da hinten. Café Wien ist auch eine Institution, die es schon 100 Jahre gibt. Ja, hier sitzen so viele Menschen. Nur Jungs übrigens. Und da wollen wir mal lieber was anderes zeigen. Hola. Hola, Buena. So, hier haben wir das Hola. Das ist toll. Eines unserer Lieblingsrestaurants. Man glaubt es kaum, dass in so einem Etablissement wie das Cita gute Küche gibt. Aber das ist wirklich so. Hier kann man super essen. Das ist ein Österreicher, der kocht ganz klasse. Aber hier ist auch schon ein bisschen Betrieb. Ja, man hört es im Hintergrund vielleicht. Es gibt hier schon vielleicht Fußballspiele. So, guckt man vielleicht. Also an dieser Stelle, dann kommt jetzt schon mal wieder gleich Musik aus der Konserve. Das war's. Dann손iere. So, wir sind an den gefährlichen Stellen vorbei, wo Menschen saßen, wo Musik lief und so weiter und so fort. Ich kann auch nur berichten, da waren überwiegend Männer, die Fußball geguckt haben. Fußball ist hier auch ein sehr, sehr verbreitetes Thema. Hier wird sehr, sehr viel Fußball geguckt. Überwiegend deutsche Fußballvereine werden hier präsentiert, im Fernsehen. Und überall sind auch die ganzen Flaggen der Fußballvereine zu sehen. Wollen wir hier lang? Ja. So, hier zum Beispiel sieht man sehr, sehr viele Fahnen. Und wenn hier die Fußballspiele übertragen werden, könnt ihr euch vorstellen, hier ist alles Rappeldicke voll. Ja, und heute Abend wird ja auch ein bisschen was los sein. Wir sind hier im Blaunasen heute Abend für April. So, hier sitzen wir zum Beispiel ganz gerne mal. Und hier sehe ich gerade ein Plakat von noch einem, den wir auch gerne mal zuschauen. Alex Engel. Wann ist der denn hier? Auch, der hat hier keinen Termin. Ja, der war letztes Jahr relativ häufig hier. Und auch Clou Simon. Der wandelt ja auch zwischen Mallorca und Gran Canaria und hat auch auf Mallorca Auftritte. Aber der kann auch, also für unsere Ohren, ja, für unsere Ohren kann der ganz gut singen und macht auch ganz gute Stimmung. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, heute Abend brennt hier die Luft, aber hier wird schon die Post abgehen. Mal gucken, ob wir heute Abend trotzdem die Kamera mitnehmen und die vielleicht undercover einsetzen. Ah, da hast du aber zu schleppen, du. Man weiß es nicht. Lass uns doch mal die Treppe hier runtergehen. Wollen wir da nicht zum Schluss runter? Zum Schluss, ach ja, richtig. Okay, da wollten wir das Highlight zum Schluss, was mit Aachen zu tun hat. Also alle, die jetzt schon mal hier waren, die wissen, worüber ich rede. Du hast es ja auch schon wieder, die Spannung hast du ja schon wieder rausgenommen. Nein, für die, die das nicht wissen, die wissen nicht, worüber ich rede. So, jetzt kommt auch ein Highlight und zwar hier die Hut. Das ist witzig, super Stimmung bei der Jungs. Die Hut ist eine Kneipe, wie man am Namen unschwer erkennen kann, aus den Niederlanden. Und da kann man sagen. Und hier wird noch gesungen vom Wirt selbst. Zu Recht ist es eine Stimmungskneipe. Da ist richtig gut was los. Der nimmt das Mikro in die Hand, steht hinter seinem Tresen und schmettert da ein Lied nach dem anderen. Und wie man uns erzählte, ist das wohl in den Niederlanden auch Usus und Gang und Gebe, das in den Kneipen so zu handhaben. Es macht Spaß hier abends. Wenn man zwei Wein getrunken hat, hat man hier eine, auch ohne Wein hat man hier eine super, super Stimmung dann am Start bei der Hut. Aber auch bei Olli in der Lala Bar, wenn du da mal hin guckst, der macht auch witzige Abende. Olli ist auch ein Granatentyp, kommt aus Köln. Schlagerbar mit Kölsche Hetz. Ja, lustig ist der. Und der ist wirklich witzig und der hat auch immer einen Spruch drauf und auch nicht immer nur die gleichen Sprüche, sondern der überrascht einen dann auch mal mit irgendeinem Ding, das er da raushaut. Also sehr, sehr witzig. Ja, und ich erinnere, so Abende, da hat er auch mal Leberwurstschnittchen und so, das schreist sich weg. Ja, ihr müsst Vorstellungskraft haben, hier ist abends. 19 Uhr macht er auf. Heute ist Travestie übrigens, 19 Uhr. Warte mal, schauen wir mal, was haben wir hier? Nein, Travestie weiß ich nicht. Mittwochs ist Travestie ab 20 Uhr. Schauen wir mal. Wir tingeln hier heute Abend mal durch die Gegend. Ja. So, dann wollen wir hier nochmal wieder zurückgehen. Dort hinten, ich zoome das mal eben ran, für Leute, die schon mal öfter hier waren, da gibt es den Wollendammer, das erkennt ihr jetzt vielleicht. Der hat in der alten Markthalle in San Fernando seine Matjesbrötchen verkauft. Der hat hier, wie gesagt, auch sein kleines Restaurant. Auch hier könnt ihr Matjes essen. Und original Matjes. Original. Wirklich wahr. Ja, aber ich sag mal, uns schmeckt immer noch ein Matjesbrötchen aus der Hand immer noch besser als Matjes im Restaurant. Ja. Und ja, bekanntermaßen gibt es die alten Markthallen in San Fernando nicht. Die werden ja gerade neu gebaut. Also gibt es auch da keine Matjesbrötchen zurzeit. Vielleicht in den neuen Markthallen. Wer weiß. Vielleicht kommt er wieder mit seinen Matjesbrötchen. Ich muss euch sagen, auch wenn wir jetzt hier auf Gran Canaria sind, mitten im Atlantik, schmeckt ganz gut. So, dann können wir auch die obere Etage gleich mal verlassen. Hier das Golden Moments können wir noch erwähnen. Wobei die sind ja auch immer ein bisschen komisch, wenn es um Fotos geht und Videos geht. Ja, ja, ja. Die machen ja eigenes Ding, also brauchen wir die auch nicht weiter erwähnen. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight der CETA. Ihr seht das hier schon, schwarz auf gelb. Das ist die Aachener Kaschemel. Sehr, sehr bekannt. Hier endet zumeist der Abend für sehr, sehr viele CETA-Besucher. Hier geht es rein. Oh, guck mal, was da steht. So, jetzt sind wir raus aus der CETA und sind auch fertig mit unserem Video. Kleiner Eindruck über das Centro Comercial CETA. Ich hoffe, ihr konntet euch so ein Bild machen. Macht euch einfach euer eigenes Bild, ob ihr das mögt oder nicht. Entscheidet am Ende das Licht oder so ähnlich. Zum Schluss dann hier nochmal das, was du auch schon 78 so vorgefunden hast. Das stimmt tatsächlich. So, das ist alles noch so, wie es mal ausgesehen hat. Es gibt keine neue Figur. Auch die stehen seit 1970 hier, unverändert. Behauptet zumindest meine Frau, ich kann das ja nicht sagen, weil ich hier 1970 und 78 und so nicht war. Wie gesagt, im Harz, braunen Lage, Wassertreten, Kneipp, ganzen Tag wandern. War günstiger Urlaub. Oh, hauaha. So, aber meine Frau sagt hier, diese ganzen wunderschönen Figuren, die man hier sehen kann, alle noch original. Ja, das habe ich nicht gesagt, das sagst du. Und auch dieser Zwerg dort, alles original aus dem Jahr 1970. Das weiß ich nicht, das hast du gesagt. Du legst mir das doch in den Mund. Ich habe dich doch gefragt. Da waren immer Figuren, aber weiß ich, ob die immer noch so sind wie 1978. Ich habe doch gefragt, ob die auch renoviert worden sind und so. Da habe ich auch gesagt, das weiß ich nicht. Du sagst alles renoviert. Nee, alles beim Alten. Ja. So, irgendjemand wird es wissen, wie immer. Ja, genau. So, und hier, da frage ich mich immer, wie kriegen diese Autos eigentlich einen Parkplatz? Legt sich da jemand morgens um sechs hier in die Parklücke rein und reserviert die dann? Man weiß es nicht. So, hier haben wir dann nochmal einen kleinen Überblick, was es hier alles so gibt oder auch nicht mehr gibt. Manchmal hängen hier auch Plakate von irgendwelchen Betreibern, die es nicht mehr gibt. Ja, das war nun unser Rundgang durch die Sita, den Treffpunkt, das Rendezvous, der Treffpunkt für Jung und Alt. Ja, das Shopping Center, das in die Jahre gekommen ist, 1970 erbaut. Haben wir euch jetzt ein bisschen näher gemacht. Wir haben, namentlich erwähnt, haben wir das Ola, das Restaurant. Das kennen wir nun, da waren wir schon einige Male und wir waren jedes Mal begeistert. Aber wir wissen genau, es gibt hier in der Sita auch noch viele andere gute Restaurants, die wir aber noch nicht ausprobiert haben. Also insofern, seid uns nicht böse. Ich glaube, hier war es auch, wo es einen guten Italiener gab. Kilometra, Kilometro Cinco, Zero, 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 genau. Soll gut sein, waren wir noch nicht. Wir kennen, wie gesagt, nur das Ola. Das Marco Polo wird gut sein, das Adria wird gut sein, das Anders hat einen guten Ruf. Und es gibt noch viele mehr, die wir vergessen haben oder nicht kennen. Also insofern nicht böse sein. Falls ihr irgendwelche Restaurants hier in der Sita kennt, die ihr sehr empfehlen könnt, weil ihr schon mal hier wart, immer rein in die Kommentare damit, kann man bestimmt was mit anfangen. Genau, wir verabschieden uns. So ist es. Adios. Adios. Hier steht der Schweiß auf der Stirn. Heute Abend tummeln wir uns hier. Mal gucken, ob wir darüber morgen oder übermorgen etwas zu erzählen haben. Und vielleicht nehmen wir die Kamera doch mit. Also eine kleinere Kamera vielleicht. Ich trage gar nichts. Okay, adios. Ciao. Adios, ciao.